Ja, schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, Big2B und Shisha-Holli natürlich wieder am Start. Das Shisha-Warn-Test-Team hat heute kein Review für euch, sondern eher ein kleines Glückwunsch-Video. Und zwar, viele haben es schon mitbekommen in Facebook, es gibt da eine Seite, die bekannteste Seite über Shisha, sage ich jetzt mal, Shisha-News, hat es endlich geschafft, über 20.000 Likes zu sammeln und ist somit eigentlich die bekannteste Seite auf Facebook in Deutschland, was Shisha und deren News eben gibt. Und die Seite gibt es jetzt schon mittlerweile ein bisschen länger, wie lang genau, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ich glaube, im Moment ist Facebook beigetreten, hier haben wir das 30.04.2011. Also, bald sind es zwei Jahre, wo diese Seite am Start ist. Bis das Video hochgeladen ist, ist es bald zwei Jahre. Nee, Spaß. Also schon über ein Jahr ist es jetzt online, die Seite, und hat sich durch viele Gewinnspiele und viele interessante News natürlich hochgearbeitet auf die Likes. Und ich weiß noch genau, wo es dann meine Seite auf Facebook übertroffen hat, die 4.000, da habe ich gedacht, oh, da geht was. Und dann waren es dann auf einmal irgendwann mal 10.000. Und ja, jetzt hat er endlich die 20.000er-Marke geschafft und das innerhalb von ein bisschen länger wie im Jahr. Ist schon eine sehr gute Leistung, muss man sagen. Und ja, also das Ganze wird bewacht und betrieben vom Johannes. Und der macht seine Sache eigentlich recht gut, postet jeden Tag mehrere News, mehrere Bilder rein, hat somit auch wirklich sehr viele Zuschauer. Und ich habe die Seite auch geliked, schaue auch immer rein, was es Neues gibt. Kommen immer schöne Pics, alles über Shisha und deren Zubehörer eben, manchmal auch ein paar Umfragen, manchmal auch ein paar Tests und manchmal auch ein paar Infos über aktuelle Reviewer und über aktuelle Sachen, was es eben gerade auf dem Markt so gibt. Und so ist man eigentlich immer auf dem aktuellen Stand, was so in der Shisha-Welt passiert. Kann man alles hier natürlich nachlesen. Und ja, wer alles in Facebook ist, viele werden wahrscheinlich von unseren Zuschauern die Seite eh schon kennen. Wer es noch nicht kennt, gebt einfach mal Shisha-News ein. Dort werdet ihr die Seite gleich finden. Schaut auf jeden Fall mal rein, lohnt sich auf jeden Fall, die Seite mal zu liken. Dort seht ihr dann, wie gesagt, jeden Tag neue News, alles rund um Shisha und was eben. Alles dazugehört. Ja, viele Gewinnspiele wird es bestimmt auch in Zukunft wieder geben, so wie ich den Johannes kenne. Und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ja, der Johannes ist da eigentlich mit Herz und Seele dabei. Hat sich also wirklich schon viel Mühe mit der ganzen Seite gegeben. Also echt top Arbeit. Von mir auch großen Respekt. Also das ist wirklich viel Zeit und Aufwand, was da reingesteckt worden ist. Und ja, das hat auf jeden Fall ein kleines Dankeschön-Video hier nötig. Ja. Gut. Dann wären wir eigentlich schon wieder am Ende vom kleinen Video heute. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Raucht ordentlich rein. Man sieht es hier natürlich beim nächsten Mal wieder. Falls Fragen kommen, wir rauchen gerade Social Smoke Bayer Blue. Und ja, lassen den Tag noch gemütlich ausklingen. Ich sage danke fürs Einschalten. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Review kommt natürlich bald. Und ja, schaut rein. Bleibt gespannt, was kommt. Ich sage danke. Macht es gut. Euer Shisha Wantes Team mit Oli und mir, B2B. Ciao. Servus. Servus. Vielen Dank.